Neu, modern, gemütlich. Das perfekte Einfamilienhaus für alle, die gerne am Land leben möchten. Verschafft euch euren persönlichen Eindruck von diesem Bungalow, welcher sich in der Ortschaft Hilbos dort befindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Lasst euch diese Chance nicht entgehen und vereinbart mit mir euren persönlichen Besichtigungstermin. Euer Immobilienexperte Andreas Schlögl von EMAX Plus St. Pölten Das ist ein Diener Christian II für die Zukunft. Das ist ein Diener Christian II für die Zukunft. Vielen Dank.